Dann vorhin noch irgendwas mit, äh, am 17. war irgendwas und, keine Ahnung. Wahrscheinlich noch am 17. Keine Ahnung. Ja, mit Uhrzeit war er, war natürlich auch. Huch, huch, Lech in der Kurse. Ich habe die Uhrzeit weich ja. 17 Uhr. Okay, Kehr doch, Vater. Ne, ne, halt, 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 halt mal schön auf. So. Ich glaube, du fährst jetzt zum letzten Mal Supersoft wieder weg. Je nachdem, wie ich die Mediums durchkriege. Das ist aber schwierig, ey, 18 Uhr, 70 Uhr. 40 Zeilen. Bühler? 40 Zeilen. Das ist richtig. Ich finde das ja auch geil, wenn du dem jetzt zum Beispiel bei so einem Wetter sagst, hier, äh, Heavywad aufziehen oder sowas. Dass du ja nicht irgendwie mal auf die Idee kommst, nachzufragen. Weil manchmal sagt der, ja, wir haben eine Alternativstrategie. Und sagt dir dann, ja, zieh mal lieber Soft-Aus. Und manchmal sagt der gar nichts und packt einfach die Heavywads drauf. Hm. So nach dem Motto, wenn du willst, dann kriegst du den eben. Für den Mainz hat er dann trotzdem mal gewinnt. So ungefähr. Wenn du den haben willst, dann kriegst du den. Wenn der kriegt. Ja. Ah, er will Heavywad. Nicht, dass er sich wieder in der Boxengasse auf den Boden wirft und weint. Das habe ich ja früher tatsächlich gemacht, wo ich ihn in Spielzeug gesehen habe. Really? Jo, ja. Ich war ein schlimmes Kind. Mein Eltern haben nicht, sagen nicht ungewohnt, wenn ich das erste Kind gewesen wäre, bei den Einzelkind. Das ist eine Aussage. Du wirst es richtig. Ja, aber ich habe, ich weiß nicht, da war mal öfters in den Metro oder sowas, halt für Geburtstag oder sowas einkaufen. So, ich zweiter Gang rechts, Spielzeugabteilung. Sofort. Dann hast du mich da erstmal nicht gefunden. Ja, dann haben wir natürlich immer irgendwas gefunden, wie das normal ist so, als, keine Ahnung, wie alt ich da war. Und ja, so wie es jetzt praktisch auch noch was. Ja, ja, noch. Meistens war die halt jetzt auch noch irgendeinen Leo-Scheiß oder so. Aber ich habe mich dann tatsächlich knallhart auf den Boden geworfen, habe geheult. Und meistens habe ich es dann auch bekommen. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt alles sofort haben will, wenn ich es sehe. Ja, bin verzogen. Weißt du, ja, du... Trotz, ja. Nur weil du nichts gekriegt hast, auch sein Faschspritze Weihnachten. Na, sei mir so, hätte ich das früher gemacht, hätten sie mich gerade beigelassen. Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Da waren wir halt eben irgendwie halt so für die Woche Lebensmittel einkaufen. Und dann habe ich auch halt gesehen, was ich zum Essen haben wollte. Eigentlich so zwölffach gezuckerte Bullshit-Scheiße und was weiß ich nicht. Als Mutter sagst du natürlich, pass auf, äh, nein. Ist ungesund, kriegst du nicht. Ja, ich lege mich halt auf den Boden wieder und meine Mutter hat sie dann knallhart verpiss. Und ich saß dann, habe dann geheult und irgendwann realisiert, ich komme nicht weiter. Und, äh, ich bin dann tatsächlich wieder auf meine Mutter gestoßen, wo die Anna-Kasse stand. Die hat auch, die... Das hatten wir letztes, vor ein paar Wochen, an der Thema. Die hat gesagt, die wer knallhart gefahren. Das wäre halt, das war ja scheißegal. Weil ich das halt schon mega oft gemacht habe. Und irgendwann ging es ja so oft. Und gesagt, weil die eh schon pissig war, weil meine Schwester irgendwo rumquingelt war und all sowas. Da hat die noch kurz lang gesagt, so nö. Den lasse ich jetzt hier in der Hoffnung, dass der eh, dass der verloren geht. Den kenne ich nicht. Der ist nicht von mir, der ist nur zugelaufen. Ja, so ungefähr, ey. Der war wegen mir und meinem Bruder war es tatsächlich so, wenn man dann gesagt hat, nein, der war auch nein. Da wurde nicht gefilmt, da wurde nicht rumbraucht, da war gar nichts. Da hieß es, nein, da wurde einfach mit der... Mit der... mit der Tisch auf der Faust gehauen. Mit der Faust auf den Tisch gehauen und fettig war die. Ja. Der braucht mitten im Real bei uns, da habe ich meinen Arsch schon gekriegt. Wenn ich angefangen habe zu prägen. Ja, das ist doch richtig so. Ich würde das nicht anders machen. Das heißt, dann hast du wieder das Problem, dass ich dir sofort andere kann auch messen wollen. Das ist mir egal. Ja, ganz ehrlich. Gut, ich sag mal so, in der heutigen Zeit bist du ja sofort der Kinder schon auf 10, wenn du ein Kind einmal anpasst. Ja, eben, das ist es ja. Aber ist mir so, da ist kein... Mein Kind, ich schlacht da nicht. Kurze Klaps auf den Arsch. Das ist immer okay, wenn ich nicht hören will. Meiner Meinung nach. Und das ist halt das, was ich heutzutage empfehle. Was ist das denn? Fack, ich gab. Was ist, wenn ich noch nicht will? Ich bin mal 61 Prozent. Es immer gibt ja wirklich die, die an das Kind richtig verwendet sind. Aber da, sag ich, nimmt das Kind weg. Ja. Aber mal so, wenn das Kind absolut nicht hören will oder so, wenn du ein Klaps auf den Arsch war, so, ey, da tut doch keinem weh. Da ist, macht mein Schwager auch so, die Kinder, die hören halt. Wenn die nicht hören, dann wird der einmal plus lauter, sagt, pass auf, da geht mit einem auf den Arsch, so wie letztes Mal. Und dann sind die ruhig. Dann musst du ja bis jetzt einmal anwenden. Und dann muss er auch noch androhen. Oder ansagen. Androhen hört sich wieder so fies an. Ja, ist ja, im Prinzip ist es richtig. Ich bin noch, immer noch der Meinung, dass die Scheiße mit dem Baustock schlagen, die Schuhe, hätten sie niemals abschacken können. Okay. Und da war ich ja schon selber da runtergelegen, hätte ich oder nicht. Also ich glaube, ich hätte druntergelegen, tatsächlich. Ich habe doch. Das hätten wir alle. Ja, aber ganz ehrlich, wenn das noch aktiv wäre, oder eigentlich, also, ne, dann wäre das auch alles ganz anders. Dann hättest du dich ganz anders verhalten, weil du genau weißt, wenn du scheiße auskriegst, dann kriegst du einen auf die Finger. Ja. Fahrer hinter mir. Wie sieht der Start aus hier aus? Wow. Wann? 41 Sekunden. What? Ja, Hamilton hält mich da so ein bisschen auch. Ich fahre die ganze Zeit voll chillig. Ich dachte mir so, komm, fährst du jetzt in die Box oder gleich? Jetzt wollen wir in die Box fahren. Erst mal in die Box voll auf das Gras kommen. Und noch ein Stück trinken. Woher bin ich denn mit der 22 Sekunden vorgegangen? Nicht doch nicht nur an den Reifen, Alter. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Fahr raus. Fahr jetzt raus. Na, komm doch, ich bin dann in die Box. Ich habe mir den Rad schon wieder in den 21. überholt. Ja, ich bin mir auch ganz anders, wer das ist. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich einfach die ganze Zeit hier auf gut Deutsch, ohne mich großartig wirklich zu konzentrieren, wenn es dann am Labern geht. Ich will mich wegfahren. Das freut mich nicht anders. Wie gesagt, ich will jetzt einfach noch zu Ende fahren, weil wir sind halt sowieso meine ersten auch richtigen Punkte mal wieder. Ja, der zweite kriegt zwölf, ne? Ne, warte mal. 18. 18. Stimmt, 25, 18. Das ist doch ein Unverstand. Warum nicht so scheiße gerätlich gut? Keine Ahnung. Tatsächlich, ähm, in der ersten Formel 1-Dingens, das haben die mal bei die Silversern, die Kommentatoren gesagt, ähm, da gab es irgendwie pro Sieg halt irgendwie einen Punkt oder so. Da hatte der WM-Führer irgendwie irgendwie sieben Punkte oder so. Irgendwie voll einmal. Und jetzt, äh, irgendwie so, äh, pro Sieg drei Punkte und jetzt kriegt der Sieger einfach mal 25 Punkte. Und im letzten Rund sogar 50. Ja, und ich sowieso voll... Aber ich kenne ja auch den Arm, die das noch. Das weiß ich nicht. Da bin ich zu wenig hier momentan drin. Aber, das war ja, ich weiß gar nicht, woanders war. Bis da zu ist, weil alle da und die das noch haben, weiß ich nicht. Ja, da war einfach dieses geile, so, ach, letztes Rennen, Hamilton musste irgendwie Platz 19 werden, dann dieser WM-Weltmeister. Dementsprechend ist da gefahren, dementsprechend interessant war das Rennen oder die WM an sich auch. Ja, das war halt so richtig, äh, tot einfach. Wenn er halt wirklich chillig wegfahren kann, beschissen. Ja. Würde ich nicht immer so machen. Wer ist dann so richtig gefahren so nach dem Motto Müller? Egal, ich bin eh schon Weltmeister. Wir können ja eh jetzt... Er ist dann beim Kontrollen müssen. Ja, so ungefähr. Der hätte, der hätte gar nicht fahren brauchen. Im Grunde hätte er erste Runde fahren können, die Karin in die Wand flitzen können und hätte er saufen können. Auf die Weltmeisterschaft. Fertig. Ja, guck, er war ja früher aber schon irgendwie anders. Er war ja auch schon fünf oder sechs Rennen pro Ende. Ja, guck, weil er beim Schumacher, da war es ja noch eindeutiger, ja. Ja, das sieht man ja in keinem anderen. Oh, ja. Ich glaube, das war auch so der Punkt, wo das so langsam schon langweilig wurde. Wo halt immer der gleiche... Ja, wobei, bevor Reikön aufgehört hat, war es eigentlich noch ganz lustig. Ja, weil die sich beiden so ein bisschen immer gekibbelt haben. Weil er halt auch noch mithalten konnte. Ja. Und dann fingert ja an, auf einmal die Saison... Das war eh so takulös. In der einen Saison hatte Vettel, sag ich mal, vier Punkte, sag ich mal, und in der nächsten Saison ist er Weltmeister geworden. Voll eigenartig. Das lag aber mit der GMO. Ja, ich weiß ja nicht, der ist ja Red Bull gefahren, ne, davor ist er ja irgendwie im No-Name-Matchen-Team gefahren, ne. Aber wie, ich sag mal, du bist jetzt bei Red Bull, oder so Teamleiter bei Red Bull, siehst du, boah, geil, Vettel, der hat vier Punkte in der WM, den will ich im Team haben. Oder wie denkt man da? Ne, ich denke mal, die haben das so gemacht, wie ich mit Kollegen. Einmal, war Spaß, wir haben uns hingesetzt und haben uns mal nur die Corporate-Trestriktive vom Vettel angeguckt. Okay. Der Klug macht kaum Fehler. Der braucht kaum korrigieren, der bremst zu, sagen wir mal, 99 Prozent an der gleichen Stelle. Okay. Und so eine Klamotten. Ich denke mal, wenn du das als Teamchef siehst, und das, dass du dann sagen kannst, okay, der macht keine Fehler, wir haben ein gutes Auto, das könnte passen, hatte der dann auch. Ja. Ja, okay, so habe ich das so nicht gesehen. Also, wir haben uns wirklich hingesetzt, da war er schon bei Wettel. Weiß was, komm, gucken wir heute mal nur den Vettel zu, das ist sowieso alles schon gelaufen. Ja. Der fährt halt so weg. Ja, klar. Ich glaube, du könntest dich auch nicht verbinden, aber er wird nur noch schaffen. Ja. Ja, und jetzt ist er ja wieder so ein bisschen am Kacken wieder. Jetzt ist ja der Rosberg am hochkommen von den Deutschen. Der ist ja momentan am kämpfen irgendwie, der mit Hamilton, glaube ich sogar. Mhm. Was ich tatsächlich interessant finde, damit Hamilton mal einen guten Konkurrent hat, weil der Rosberg ist kein schlechter Fahrer, muss ich sagen. Nee. Sag nicht. Ja, Hamilton muss halt ein Asi. Genau. Das ist für mich ein Wix, da ganz einfach. So ein richtig post-couperterer Affleinfach. Ich habe zum ersten Mal einen technischen Defekt, technischen Fehler. War das der erst? Nee, der sagt mir gerade, äh, okay, unsere Reifendaten sagen mir gerade, du hast auf allen vier Reifen null, also null Bar Druck. Da wir sehen, dass du nicht auf vier Plattfüßen unterwegs bist, gehen wir mal davon aus, dass die Sensorik defekt ist. Wir arbeiten daran. Das ist nicht großartig wichtig, aber... Aber ist das jetzt das erste Mal, dass ich irgendwas hatte? Der hat meinen Jeff schon seit knapp 15 Uhr mit mir gehabt. Ach, der ist schlafen. Der ist müde. Hallo? Wir haben drei Uhr. Er muss schlafen. Ich bin im Übrigen gerade wieder am Platz 15 Uhr. Und überwundert. Auf die Mediums zu gehen war ein Fehler. Zweite Uhr. Warum? Ich fahre 1,29 bis 1,30. Jede Runde. Holy shit. Ich kann dir gleich sagen, was ich fahre. Ich weiß gar nicht, was meine letzte war. So, letzte Uhr war außer vorbei. Easy. Also ich musste hart überrunden. Ja gut, 1,30, 1. Ich fahre mal jetzt. Ich fahre mal, ob ich jetzt vernünftig durchkomme. Zeit knacken. Wie da? Das soll Zeit knacken, oder? Ach, nicht auf Medien. Du wolltest auch mit Medien, ne? Nicht auf Medien. Ich fahr chillig zu Ende. Aber ich habe tatsächlich erst, ähm, mich umentschieden, als du das gesagt hast. dass du auf Medien gehst und vielleicht durchfährst. Da ich in Runde 22, 21 reingange, dann werde ich auf dem Fall durchfahren. Ich kann da eigentlich auch durchfahren, ne? Also ich, dich kriege ich eh nicht mehr. Ja gut, auf dem zweiten hast du doch auch Unmengen an, äh... Ach, genau, schon in der zweiten Runde hat es ungefähr. Ach, fick dich doch, Ariganto. Ja, wenn ich noch Pimple, ich... Ja, fick dich. Wick nicht hier. Erstmal rausgedrückt in der Ariante. Also die Zeit wird nix. Wenn man keinen Platz machen will, dann drücke ich ihn halt voll von der Strecke. Ich hab, ich hab noch nicht mal jetzt, äh, Verwarnung dafür gekriegt, oder was so. Okay. Oder hinterher, da krieg ich in diesem so einer von, da wurde mir nicht angezeigt, oder so. Abzüttung Strafen. Fünf Minuten Straffersetzung, äh. Erstmal so in die Boxengasse wird reichen. Na ja, richtig. Obala. So, ab in die Boxengasse, 15 Sekunden Belehrung. Du, 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 das macht man nicht. Wie lange bist du noch auf die Supersoft gefahren? Weil wenn ihr jetzt reinfährst, wird es reichen. Okay. Wurzige angeben, oder? Fahrer hinter mir. Na, 21,3, das ist zu wenig. Ne, weil mein Frontflügel halt orange ist, oder so leicht orange. Dafür ist es zu wenig. Das ist echt. Ne, das ist mir zu leid. Da fahr ich lieber chillig weg. Na, du hast aber jetzt gleich auch den Polk wieder, den Polk vor, den Polk wieder vor. Den Polk wieder vor. Ne, da kannst du reinfahren. Oh, ne, ne. Das ist mir so ist gar nicht. Du willst doch, wo kannst du, du willst doch oder sich reinfahren? Da rein. Ne, ne. Da ist es warm. Die haben Bier. Also, die haben die auch in, äh, fünf, sechs, sieben Runden. Aber dann ist es warm. Ne, ist gekühlt. Ne, ne. Ich hab nur in der, deswegen hörst du deinen Chef nicht, ne? Ja, eben. Das ist so die logische Schlussbeheuerung. Die haben einen Stromausfall, deswegen hör ich ihn nicht. Das stelle ich mir auch geil vor. Du bist so in der Box und dann ist der Knall, hat einen Stromausfall. Oh, ja. Das frage ich mir aber auch, das frage ich mir aber auch, ey, wo holen die den Strom für die ganze Versorgung? Erlebt mir mal. Erneuerbare Energie. Jetzt mal, die ganze Strecke ist aus Solarpanels. Oder die Strecke ist aus, ähm, Material, was Strom erzeugt, wenn Reibung darüber geht, weil die Reifen und so. Meinst du, die Strecken sind alle von Nissan? Oh, ja. Ui, Ui, Ricciardo, du, Riesan. Von dem Auto hast du auch irgendwie da was gehört, ne? Ne. Ich hab grad Ricciardo fast weggeschossen. Mein Teammate, hab noch dem, glaub, keinen Platz, ja. Du sollst eigentlich wissen, ob du schneller bist. Eigentlich. Ach, Puttas. Na, halt den mal auf. Okay, ich muss auch in den Box. Echt jetzt? Alter, die Ruhe. Der, bist du auch von einer verschlangen? Ich glaube ja. Ich hab auch nur orange mit dem Fronten. Ja, mach ihn try hard. Ja, du willst die 1,25 auch haben. Ja, Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dafür hab ich jetzt wieder ein paar Leute vorne. Oder hätte dann wieder mehr Leute vormittags. Ja, scheiße. Nächstes Mal das Kontrollierende Public Unibox hast. Damit ich einen Puffer hab. Du hast ihn, oder? Ich hab einen Puffer im Schritt. So einen leckeren Garlenkarton will ich dir gesagt, ich will dich eh nicht mehr und kann den da drauf versuchen und nichts setzen. Das Interessante ist, ich hab jetzt paar Button überrundet und das sah aus, dass wir einfach nur stehen auf einmal. Also ich bin halt an dem vorbei und alles wieder zu stehen bleiben. Ich kann nicht frei fahren. Da war noch zu einem raus. Oh, Probleme vorne links entlassen. So, aus dem Auto hoch. So, Visier hoch. Ey, Kollege, du bist raus. 10,242 Sekunden. Was? Flügelgeräste und Reifen. Bei mir, bei Flügel und Reifen brauchen die 6,7 maximal. Du sagst ja vor die 6,7 ist das Problem. Ich rede halt, weil Boxingshop mache ich meistens halt einfach so einmal kurz LB und nach rechts machen. Und wenn ich dann dabei rede, dann bestätigt er das und macht wieder hier den Denied und ich verstehe dich nicht und deswegen mal immer dran. Vor allem mit Boxingshop. So Jungs, Intermedien hört das einmal mal richtig an und dann kurz bevor ich an der Boxung soll gehen da drin. So Jungs, Flügel Nummer 3. Passt. Sitzt, hat Luft. Jetzt habe ich 8,4. Flügel Jungs, ihr seid raus. Vor allem ich habe auf YouTube bin ich hier bin ich an Rumeiern momentan. Ich habe mir so ein paar von 1. wie ich es angeguckt. Bremsen! Boah, da muss ich erstmal stehen bleiben um eine kurze Sekunde. Da will ich nicht, Alonso, durch die automatische Entlasseinrichtung der Boxenauswahl voll reinheizt. So Boxen-Shops, so vergleichbar. Da haben wir halt natürlich Formel 1, hier die LMP-Klassen, Touren-Klassen und tatsächlich auch Formel E. Da machen die einen kompletten Wagenwechsel. Das ist ja gut, die haben halt nicht so eine übertriebene Weihwäte. Richtig, ist voll geil. Die Heizner mit Knörger ist in so eine kleine Garage rein, springen aus der Karre raus, springen in die nächste Karre rein, dann kommt ein Zweiter, der schnallt den dann an, macht alles fertig und dann pissen sie nicht wieder. Dauert zwar extrem lange, aber das muss halt jedes Team machen. Das ist natürlich wieder ausgeglichen. Und dann hört es sich verdammt geil an, du hörst einfach nur so Er ist nichts, er ist nichts, er ist nichts, dann sitzt er drin und während ich das gesagt habe, habe ich fast einen Ablauf gemacht. Ja und ich bin dann tatsächlich bei den Nesca-Boxen stattdessen hängen geblieben. Was ich verdammt geil finde, braucht zwar unheimlich viel länger als Formel 1, aber die Reifen haben alle 5 Muttern und der Typ, der die Muttern löst, löst diese 5 Muttern in unter einer Sekunde. Oder die haben das in halt ein bisschen rangezoomt gezeigt. Du hörst wirklich einfach so So, nächster Reifen kommt weg. Fertig. Die haben irgendwie in unter 2 Zehnteln pro Mutter braucht er. Muss ich dir mal in meinem linken Herz sein. Das ist so krank. Die haben halt so von das beste Pitstop-Team mehr oder weniger gezeigt. Und ja. Die tanken ja auch noch nach. Das ist richtig. Irgendwie 5 Gallonen, 25 Gallonen in 5 Sekunden oder so mit Knallgas reinpummen. Die Scheiße. Das ist schon echt heftig. Bei mir so ein Messcar ist mir echt zu langweilig. Ja, das ist richtig. Nur im Kreis. Du sitzt ja die ganze Zeit nur. Du sitzt ja die ganze Zeit nur. Naja. Ich glaube, das ist doch das Einzige, wo die Amistag gucken. Ja. Einfach nur um irgendwelche Crashs zu sehen, die ja eigentlich zu 100% passieren. Ja. Außer wenn ich gucke. Ja. Schön nebeneinander. Nein. Oh, ich habe dich berührt. Ach, tut mir jetzt aber leid. Aber ich finde das geil, so Videos von den Zuschauerrängen. Warten wir uns kurz überholen. Ähm. Da sitzen die da so und so erste Runde BAMS! Oha. Ich habe ein Problem. Geil, Mosefax. Sechs. Oha. Ähm. Dann kommt so erste schnelle Runde und dann kommen wirklich alle, ich weiß ja nicht wie viele, 24 Fahrzeuge, mehr, 40, 180 Fahrzeuge mit Knallgas an diesem Zuschauerrang vorbei und du siehst einfach nur, wie alles hochfliegt und alles hochgewirbelt wird durch die ganzen Luftverwirbelungen und alles. Wo ich mir nur so denke so, Alter, das muss auch ein geiles Gefühl sein einfach. Aber die haben ja bei Nesca mal erzählt, dass die, ähm, hier Safety Car Crew, nenne ich sie jetzt einfach mal die Demons mit den Trucks, die da vorfahren halt, wenn irgendwas ist, die gucken sich da drin ja natürlich auch an und, äh, die kennen natürlich ihre Buhmänner und dass sie schon in Situationen sehen, okay, die kommen in einem Zweikampf, da wird was passieren. Und schon, und, äh, dass sie schon von vornherein, bevor irgendwas passiert, langsam rausfahren, dann kriegen die sofort den Funkspruch, oh, Gas, und dann sind die schon quasi, während der Unfall noch passiert, schon auf der Strecke, was ich ziemlich geil finde. Aber so nach dem Motto, so, äh, dich kenn ich, du machst scheiße, äh, du auch, alles geil, ja, die beiden zusammen, geht nicht. So, man merkt, ich hab Rote drauf. Hm? Und Freifahrt. Noch nie mal, ich hab drei Leute überrundet, aber ich hatte auch kurzzeitig ADS. So, jetzt kommt nochmal eine extrem schnellste Runde, würde ich sagen. Weil ich hab jetzt nicht schön, aber mehr oder weniger Freifahrt. Die gibt's aber komplett Freifahrt. Nehmen wir mal hier, Knallgas, schnellster Vektor. Ja, das war nicht so gut. Oh shit. Oh shit. Rasen. Nee, ich dreh mich. Ach, Massa. Die Kugel, ey. Zieht in die Kugel rein. Joa. Okay, wir haben uns den Frontflügel angesehen. Er ist im Arsch. Aber wir denken, du solltest zu Ende fahren. Es ist genug Zeit. Also ich kann nur so viel sagen. Vorne, links, Frontflügel, gar nichts mehr. Komm, wir tun uns zusammen. Aber einen kompletten. Oder, ja gut, einer hat einen kompletten, ne? Ich finde, wir nehmen den kompletten und Alonso kriegt den kaputt. Wird sie gut. So, das wird eine echt tolle Rundenzeit. Plus elf Sekunden. Wow. Übrigens bin ich gerade froh, dass du aufnimmst und mich hier. Jüde? Ich bin gerade froh, dass du aufnimmst und dich hier. Und meine Aufnahme hat abgelaufen. Echt? Mhm. Man läuft. Ich habe da irgendein komisch. Das heißt, dass ich mich hier zum Bode umgelegt habe, was ich nicht kenne. Weil, wie sieht das aus? Beschreibe mir dein Leid. Äh, dieses ist auf jeden Fall ein Strich durch. Das habe ich mir gut. So, das Aufnahmeding mit rotem Ding. Roten Strich durch. Roter, ja. Uh, das bedeutet nichts gehört. Das bedeutet, dass die Aufnahme abgelaufen ist. Ach, ernsthaft? Echt jetzt? Wenn, dann musst du noch irgendwie mal in den Anstellungen gucken. Können wir ja gleich irgendwie nochmal abgleichen, wenn du noch wach genug bist. Nö. Dafür rum. 10 nach 3. Ja, fahren wir noch den nächsten Ring. Ich weiß nicht, was nach. Nö, nö. Hungaroring kommt. Oh, ein Sohnring. Oh, nur an so einem Ring. Oh, ein Sohnring. Oh, ohne Witz, ohne Frontflüge vorne links. Oh, das geht gar nicht. Vorne rechts ist noch relativ angemeldet. Ja, vorne links nicht. Das sind ja irgendwie kaum Rechtskurven oder so. Oh, jetzt kommt eine Linkskurve. Die letzte. Also die letzte Linkskurve. Oh, die geht. Die könnte ich wie immer fahren. Ja, ich habe ihn gehört, den Predator. Aber diesmal bist du jetzt nicht. Nee. Ja, bitte Flagge. Mein Hes. War nicht das auch, dass ich den ganzen Sonnenwirt schaust. Ist er. Ah. So. Ja, geht's denn an dich? Oh ja. Ja, und auch an dich, dass du tatsächlich Zweiter geworden bist. Mehr war einfach nicht. Ja, war wirklich nicht. Ich bin zu schleicher geworden. Okay. Na gut, ich fließe selber. Ich glaube schon. Ja. Du musst uns dann selber runterlassen. Oh, ach, ich habe bis Platz 7 alle zweimal überrundet. Dann kommt eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde und dann kommst du hin. So, Rennleitung, Vorfälle. Ist tatsächlich wenig. Ich habe einmal eine Kollision mit Hülkenberg und dann war es. Runde 34. Runde 34, cool. Mit Masterflow, was war denn da los? Jawohl, 74 Punkte in der Gesamtwertung. Du bist auf Platz 12 hochgerückt. Finde ich gut. Juhu. Die Konstrukteursrand ist, äh, gut. Dann fährst du nochmal Haas. Haas ist Platz 10 von F. Naja, ich würde sagen, auf dass die Saison so weitergeht. Aber ein bisschen mehr Gegenwehr der AKI, bitte. Nicht nur beim Überrunden. Deutschland als nächstes. Schön. Naja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.